Naja, entschuldige bitte, ich mach das, weil ich der Meinung bin, das ist eh nur Plörre. Die ist zwar eiskalt, das muss man schon zugeben, ich hab die Badewanne aufgefüllt und es ist echt eiskalt, das Zeug. Obwohl es nicht im Kühlschrank stand, aber ich bin mir sicher, da hält man länger als 5 Stunden drin aus. Also pass auf, ich steig jetzt rein. Ist das ekelhaft, ist das widerlich. Das ist echt widerlich. Und es ist kalt, 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 kalt. Ihh, widerlich, es kribbelt überall. Besonders, besonders auch an den Stellen, wo es nicht kribbeln soll.